Hallöchen Leute, ich bin's der Dennis. Oh, hallo! Und schon danach geserrt, nichts vergessen. Die Schöne. Also wir zocken wieder Hardcore? Nee, weißt du, Hardcore. Was genau wollten wir beim letzten Mal machen? Ich hab keine Ahnung. Schon ein bisschen länger her? Nee, weißt du. Und ich mach jetzt mal Glas Sikowski. Mach mal, ich muss erst mal wieder meine Farben reparieren, weil ein dober Spinner hat meine Farben, was das stört. Zum Beispiel könnte ich sie noch aufhalten. Ich guck mal ganz los, was meine Farben macht. Nein! Nu ihn! Nu ihn! Hast du einen Timer an? Jupp. Achja, und, äh, was ich noch zeigen wollte? Bei meiner Farben wächst nicht so viel. Hier, wo bist du? Ich komm mal kurz zu dir. Komm nicht immer zu mir, zeig's einfach nur den Zuschauern. Ich weiß, er hat einen neuen Skin. Mein lieben Freunde, ich bin der Gamerboy, hier. Der hat mich einfach so inspiriert. Neuer Skin, der Ihnen irgendwie gestern oder irgendwann nochmal in Gedanken gekommen ist. Ja. Ja, es gibt immer wieder geile Skins. Und es gibt auch geile Landschaften, Alter. Oh ja. Zum Beispiel die hier. Ja, ich kann's gerade nicht sehen. Ich würd sagen, wir gehen mal wieder zusammen auf ne Höhlenerkündungstür, oder? Ja, aber. Höhlenerkündungstür. Höhlenerkundungstür. Höhlenerkundungstür. Nö. Weil töte mich, Baum. Nö. Der weiß nicht. Nein. Ja, das wird zu essen reichen. Eigentlich will ich die Kartoffeln nicht essen, weil... Nicht die Kartoffeln, die Karotten. Badumtsch. Ich würd sagen, es geht los. Ich komm mal zu dir, weil dann machen wir bei dir Höhlenerkundungstür. Tür. Komm zu dir. Mhm. Ja. Eine falsche Richtung. Oh, ich hab hier noch was zu essen. Oh. 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 Ohjo. Ich leg. Moi. Ähm. Das Brot pack ich mal weg und nehmen einfach mal das Fleisch hier mit. Ganz ehrlich, was würdest du eigentlich von der Diamantrüstung halten? Pff. Gar nix. Ich würd sagen, jede Menge, oder? Ja. Vor allem in Hardcore. Aber das heißt, eventuell sterben wir in Hardcore nie. Dann sind wir die ersten, die in Hardcore noch nie gestorben sind. Ja. Ach, schade. Hast du genug, ähm, also über... Ich nehm mal kurz, äh, noch ein bisschen Eisen mit. Naja. Hast du Eisen in der Höhle? Na gut. Ich hab jetzt nicht so viel. Ich hab jetzt noch ein bisschen Cabelstone mitgenommen. Ich nehm mal so ein bisschen Kohle mit. Okay. Ich hab jetzt nicht so viel dabei. Aber egal. Welches Level bist du eigentlich? 19. Warum? Ich auch. Yay, Bruder. Ich schwör, du kommst nicht vorbei, Mann. Ich würd sagen, wir gehen gleich mal los. Ich schwör, komm mit. Ich wär jetzt besser still, Mann. Ja, wo bist du? Alter. Achso, du bist doch im Haus. Ja, ich fand grad draußen kommst du rein und dann pam. Ja, komm. Du gehst in die EU irgendwo. Wo gehen wir lang? Ja, wir müssen noch... Dann überlasse ich dir. Wir müssen noch merken, wo unser Haus ist. Also wo unsere Häuser überhaupt sind. Ja, wir müssen ja nicht so weit weg gehen. Okay. Drei Jahre später. Ich weiß nicht, wo unser Haus ist, Mann. Mann, das findet man noch ganz leicht wieder hier. Aber ich find's so dumm. Gronkh oder Pizmitty findet ihr Haus ohne Minimap manchmal wieder. Pff. Ist egal. Irgendwie gehst du voll schnell. Ich kann irgendwie voll langsam rennen gerade nur. Keine Ahnung. Wir springen noch beim Rennen. Da hinten ist ja noch mehr Eukat. Das ist noch ein zweites Eukat-Symbiom. Wo? Stimmt. Loll. Hier ist ein Baum. Einfach mal so. Den, äh... Ich nehm mal ein bisschen Holz mit. Aber warte, ich geh schon mal da hin. Ja. Achso. Wär vielleicht nicht so ganz so klug gewesen, los zu gehen, weil es wird Nacht. Wollen wir zurücklaufen? Wir sind echt schlau. Wollen wir zurücklaufen? Wurde sein noch kälter. Gut. Nein, komm, jetzt sind wir ja schon auf dem Weg. Ach, klar. Ach, vor geht der da mal. Ja. Oh, schöner Sonnenuntergang. Ja, da ist doch schon ne Höhle. Da seh ich doch schon. Du auch? Ja, ich seh... Jaja, ich bin da hinter dir. Ah, sehr gut. Irgendwie ist das schon wieder ein bisschen ruckeli. Keine Ahnung warum. Ich hab übrigens keine Schaufel, was ein bisschen scheiße. Ich hab ne Schaufel. Zwei hast du? Geh mal kurz weg. Ne, ne, eine. Achja, du hast ja schon Eisenbullshit. So, spring mal hier hoch. Da. Von... So. Oh, hier ist Kohle. Ich hab zum Glück noch paar Fackeln. Ich auch, ich hab grad mal acht. Ich hab sieben Stück, aber... hab ich einfach auf Vorrat mitgenommen. Ich hab einfach die genommen, die ich grad hatte. Ich hab eigentlich nur an so wichtige Sachen gedacht. Wie kannst du mitnehmen, Nicola? Also ich bin da grad ein bisschen aus dem Weg gegangen. Geh mir aus dem Weg, Mann. Ich, äh, ich hau dich zusammen oder so. Oder so. Ich hoffe, jemand sagt, ich hau dich zusammen oder so. Oder vielleicht auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich bin das langweilig. Das ist eigentlich bei diesen Rowdies oder so. Die immer dumme Leute verprügeln. Die machen es einfach nur aus Spaß. Hehehe. Das macht Spaß. Oh, fuck. Oh. Was denn? Halleluja. Hier ist ein Zombies-Spawner. Holy... Wo? Da unten? Ne, wo? Hier. Ach, da. Okay. Tschö mal, ich farm noch kurz ein bisschen Kohle. Loll, ein Namensschild ist da drin. Was? Okay, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was ist da alles noch drin? Da hat aber noch Brotfäden, Redstone und so. Und Eisen. Zwei. Zwei Eisenbarren. Ich hab noch 15. Zwei Eisenbarren waren es sogar. Ich hab auch noch zwei, äh, zwei. 15 Eisenbarren. Okay, das Problem ist, wo fahren? Wo gehen wir jetzt lang? Die Höhle ist... Die Höhle ist wie zu klein. Ich würd sagen runtergraben. Wo geht's denn hier lang? Toll. Oder graben, oder? Ne, ist nur der Ort, wo ich grad die Kohle gefunden hab. Ja, mach mal du. Ne, ist ja voll wie Survival, Alter, früher. Ne, natürlich. Das ist ja hier Survival, nur halt unter schwierigen Bedingungen. Alter, wie viel Kohle ist hier bitte? Besser so. Geht, warte. Hast du keine Spitzsache mehr? Ne, ne, ich hab schon. Ich hab jetzt 47 Kohle aus nur so nem kleinen Teil da bekommen. Okay, warte, ich nehm hier noch ein bisschen Stein für uns mit. Naja. Weil ich hab ja nur 46, also. Und ich darf nicht vergessen, Relentless zu trinken. Ich hab's schließlich noch. Ich auch. Ich bin grad zu fein um das aufzumachen. Pfff. 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 Pfff.